Oha, du hast ja voll den schönen Eingangsbereich. Ja, ja, da ist es noch nicht ganz... Elina hat ja Boden. Laminat, oder? Das ist das reine Laminat von Umi. Ihr wurd nicht gespart, ey. Ich hab jetzt ne Diaspitzhacke und ich mach mir auch gleich ne Diamantaxt. Da scheue ich gar nix. Keine kostenlos. Wir haben hier gescheut. Und wir packen den Diamant, dann packen wir ihn wieder zurück.